Hallo liebe KiCat-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial KiCat 5.1.x. Hallo, willkommen zurück. Ich habe heute mit euch nochmal vor, die Installation weiterer Plugins zu zeigen. Und zwar benötigen wir die für die Erstellung eines SWR-Meters. Ich habe hier mal so einen Messkoppler rausgesucht aus einem kleinen Projekt aus der Vergangenheit. Und das möchte ich dann entsprechend umarbeiten zu einer SWR-Messbrücke. Ich habe mir da auch schon diverse Schaltungen aus dem Internet herausgesucht. Und dafür brauchen wir dann einige weitere Plugins, um so eine HF-taugliche Platine erstellen zu können. Und das soll dann am Ende mal ein funktionierendes Stehwellenmessgerät dabei herauskommen, zumindest die Platine dafür. So, wie gehen wir dazu vor? Ich schließe hier mal KiCat an dieser Stelle. Und wir wechseln in den Browser unseres Vertrauens. Und wir wechseln hier auf GitHub. Und ich hatte ja schon gezeigt, bei den ersten Plugins hier, GitHub.com EasyW oder EasyWay abgekürzt. Hier sehen wir diverse Projekte dieses Entwicklers. Wir können hier mal auf die Repositories draufgehen. Da sehen wir, was hier alles noch zur Verfügung gestellt wird von diesem Entwickler. Unter anderem auch Color Shames für KiCat, wer sich das installieren möchte. Auch das ist hier noch herunterladbar. Vielleicht mache ich da nochmal ein Video zu. Was wir aber brauchen, ist jetzt hier folgendes. Ihr könnt das auch gleich direkt eintippen. Ich mache es hier mal ein bisschen größer. Und zwar diese KiCat Action Scripts. Das heißt, ihr könnt jetzt hier direkt oben in der Browserleiste durchtippen. GitHub.com, dann EasyW slash KiCat Action Scripts. Und ihr kommt dann auf dieser Seite heraus. Wir sehen jetzt hier, ich mache es wieder kleiner, noch einige Tools, die wir brauchen. Und zwar hier einmal dieses Via Stitching. Das erzeugt eine Via-Fläche über die gesamte Platine. Die wird also mit VHs gefüllt, um hier kapazitive Effekte auf einer HF-Platine so gering wie möglich zu halten. Das sieht man jetzt hier vielleicht auf dem Bild etwas schlecht, aber ich zeige es nachher gleich. Und ihr könnt hier sogenannte Zirkularzonen definieren. Das heißt, Zirkularzonen, die hier Freiflächen erzeugen. Auch das ist für HF ganz interessant. So, oder auch hier mit Ground verbundene Flächen. Je nachdem. Kann man also mit diesem Plugin erstellen. Das wäre das erste Plugin zum Download. Wie gesagt, hier Clone Download, Zip, herunterladen und erst mal im Download-Ordner liegen lassen. Wo es hinkommt, zeige ich euch gleich. Dann gehen wir hier nochmal auf GitHub. Auch hier mache ich mal ein bisschen größer. Und ihr seht jetzt hier vom Entwickler Nilulje Perchut die KiCat Scripts. Auch hier könnt ihr gleich das entsprechend durchtippen. GitHub kommen. Dann den Entwicklernamen, die KiCat Scripts. Tree Master und dann die sogenannten Teardrops. Also, was das ist, zeige ich gleich hier nochmal. Das sind also diese Teardrops. Wir sehen das jetzt hier, ist ein Bild dazu. Wie sieht das dann zum Schluss aus? Zeige ich euch auch noch in einem weiteren Video, wie diese Teardrops, oder was damit gemeint ist. So, bei der Installation dieses Scripts muss man dann ein bisschen aufpassen. Zeige ich euch gleich. Wenn ihr die beiden Plugins heruntergeladen habt, wie gesagt, funktioniert hier ebenfalls über Clone Download als Zip in den Download-Ordner. Und von da aus müssen wir jetzt hier folgendes machen. Also im Linux gehen wir in unseren Home-Ordner. Wir machen rechtsklick, sagen hier verborgene Dateien anzeigen. Und wir hatten ja hier schon den verborgenen Ordner oder versteckten Ordner Punkt KiCat erzeugt. Und wir müssen jetzt hier noch den Ordner, auch hier mache ich nochmal etwas größer. Und zwar müssen wir jetzt hier den versteckten Ordner Punkt KiCat unter Strich Plugins erzeugen. Diesen Ordner müssen wir hier noch erstellen. Sonst funktionieren diese Plugins nicht. Also die funktionieren hier nicht in diesem Punkt KiCat Scripting Plugins, sondern hier KiCat unter Strich Plugins. Das hängt mit den Python-Skripts zusammen, wie hier geschrieben sind. Für die Windows-Nutzer hatte ich das ja schon im letzten Video bei der Installation von diesen Plugins gezeigt. Dort entsprechend dann in AppData im Windows-Ordner diesen KiCat-Plugins-Ordner erzeugen. So, ich gehe hier wieder zurück, mache das mal auf die Normalgröße. Diesen Ordner, wenn er erstellt ist, machen wir hier mal einen Doppelklick hinein, öffnen das. Und hier kommen unsere beiden heruntergeladenen ZIP-Dateien rein. Und was machen wir jetzt als nächstes? Genau, wir entpacken sie. Also hier rechtsklick, hier entpacken. Das gleiche hier mit dem anderen Script. So, und jetzt muss man ein bisschen aufpassen. Und zwar sucht KiCat immer nur eine Ebene nach unten. Das heißt also, KiCat wechselt beim Start hier in diesen Ordner hinein und wechselt dann in diesen einen Unterordner hier, aber nicht in noch eine weitere Ebene. Wenn ich jetzt hier drauf einen Doppelklick mache, also KiCat wechselt jetzt nicht mehr hier in diese Unterordner. Genau aber hier liegt dieses Via-Stitching-Plugin und dieses Circular-Zone-Plugin drin. Also, das heißt, wer jetzt einfach denkt, er kann das hier so entpacken, wird feststellen, wenn er KiCat startet, dass dieses Plugin nicht installiert ist. Wie können wir das jetzt hier umgehen? Wir wählen diese beiden Ordner an, sagen hier STRG-X für Ausschneiden und setzen das Ganze hier eine Ebene nach oben. Damit haben wir jetzt hier nur noch die Readme-Datei und einige Bilder. Das waren die aus der Beschreibung von der GitHub-Seite. Wir können jetzt diesen Ordner hier löschen. Sollte man vorher markieren. So, jetzt sind diese beiden Plugins Via-Stitching und Circular-Zone installiert. Wir haben dann noch das zweite Plugin. Auch hier wechseln wir mal hier rein. Und wir sehen jetzt hier, auch hier liegt ein Ordner unten drunter. Auch hier liegt jetzt wieder das Plugin drin. KiCat wird das jetzt nicht finden. Deshalb hier genau das gleiche Vorgehen. Ausschneiden und eine Ebene nach oben einfügen. Damit wären wir soweit fertig. Wir sehen, das können wir hier wieder löschen. Und bei diesem Plugin haben wir noch ein kleines Problem. Da bin ich auch erst über das Lesen der Installationsanleitung drüber gestolpert. Dieser Ordner jetzt, das ist wahrscheinlich ein kleiner Fehler des Entwicklers, heißt jetzt Teardrops mit S. Wenn wir aber hier in die Readme hineingehen, ich gehe hier mal in diesen Unterordner, dann sehen wir hier Install. Also just copy the Teardrop oder Teardop-Folder in KiCat-Plugins. Aha, hier steht es richtig. Einmal ohne dieses S. Bei der Installation haben wir jetzt hier dieses S drin. Was dazu führt, dass das KiCat einfach nicht findet, weil die hier hinterlegten Python-Skripte wahrscheinlich dann diesen Ordner Teardrops nicht finden. Also deshalb einmal umbenennen. Dieses S weg. Damit sind wir jetzt hier richtig und unsere drei Plugins sind jetzt installiert. Ich gehe mal hier wieder auf die Normalansicht. Man kann jetzt hier diese Zipfiles löschen, wer das möchte. Man kann sie auch hier drin liegen lassen, hat man sie nochmal vorrätig. Das überlasse ich jedem selbst. So, wir minimieren mal hier unseren ganzen Kram und wenn wir jetzt auf KiCat einen Doppelklick machen und wir wechseln hier hinten in die Ansicht, dann sehen wir jetzt einmal hier die Teardrops und die Zirkularzone und das Via-Stitching. Ich mache jetzt hier mal auf das Via-Stitching einen Klick. Das wird geöffnet. Ich breche nochmal ab. Ich möchte es erstmal hier zeigen. Ihr seht jetzt hier schon dieses Via-Stitching. Ich habe es hier schon mal ausprobiert. Und jetzt machen wir mal hier das Via-Stitching auf. Ich sage hier mal Delete Vias. Dann sehen wir, alle Freiflächen hier sind jetzt frei von Vias. Und wenn wir das erzeugen wollen, können wir also hier einen Klick drauf machen. Das Plugin wird gestartet. Wir können jetzt für das Via hier Vorgaben machen mit der Copper Size, also 0,8 mm Fläche. Dann die Bohrung 0,4. Ich nehme hier gerne 0,6 und hier oben 1,0. Und wir haben hier eine Minimum Clearance von 0,2 mm bei einem 2,54 mm Grid. So, dann kann ich hier noch auswählen, auf welches Netz ich die legen will. Macht man natürlich hier auf Ground. Und wir können sagen hier noch Random It. Brauchen wir aber auch nicht. Wir können einen Starrenpattern lassen, also ein festes Muster. Und sagen jetzt einfach mal Run. Das dauert ein Momentchen. Okay. Er sagt uns jetzt hier brav 34 Vias gesetzt. Und wir sehen, hier ist jetzt unsere gesamte Fläche nach der besten Möglichkeit, wie ich das vorgegeben hatte, mit Vias gefüllt. Kann man auch nochmal rückgängig machen. Wir machen mal hier Delete und geben hier unten mal ein Millimeter. Wir lassen mal hier diese Vorgaben und machen hier ein Run. Und wir sehen, sofort steigt natürlich die Anzahl der Vias, die hier entsprechend verlegt werden. Das soll es an dieser Stelle mal gewesen sein. Ich werde mich jetzt mal daran machen, so eine SWR-Messbrückenschaltung aus dem Internet herauszusuchen. Ich werde die mal im Schaltplan erzeugen und euch dann auch nochmal die anderen Plugins für diese HF-Schaltung hier genauer vorstellen. Das folgt dann in einem der nächsten Videos. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und tschüss, bis zum nächsten Mal.